Was hast du mit ihm getan? Es gibt noch einen, nur so wie es ist. Er ließ nicht. Du willst mir erzählen, wie ein bisschen Chilli wird helfen? Wie ist ein Kind zu sterben helfen? Das ist deine Schuld. Und du wirst es richtig wissen. Ich habe ihn mitgebracht. Okay. Mike, du hast mich angefangen. Du bist okay? Es ist echt schlecht. Mike! Ja, ja, okay. Hast du ein Licht? Ich dachte, ich habe ein Messer. Okay. Ich spreche auf F�öre. Ich stelle den schwersten Haar. Ich habe 4-5-8 175-1 05-820 Somit. Mesger aus zumindest das ist klug oder auch recht. Aber ich bin ruhig alleine measuresopp. Let me take a look at you, kid. Jesus. He could have killed you. The fuck is wrong with him? You're up. Kenny's out back, trying to get some stupid truck started. Here, you should eat something. You okay? Thank you. I can't believe he's gone. I've lost people before, but... I just hasn't felt this... this shitty in a while. He cared about you too, Jane. Jane, I know he did. God damn it. I shouldn't have come back. I knew this would happen. I knew it. Well, I'm glad you did. I'm gonna find something to clean that up. Thank you. I can't take this shit anymore. Feeling better? Yeah. Hell of a day. But we gotta get moving. If you're feeling up to it, I could use a hand out back with this truck. This house ain't worth a crap, but the vehicles ain't in bad shape. With a little luck, we can get one fixed up. Be out of here by nightfall. Yeah, sure, Kenny. That's the spirit, darling. I'll wait for you out back. I'll watch him. Clem. Just... Be careful. What did she have to say? I know she was running around her mouth. What did she say? You shouldn't have done that to Arvo. I know. I know, Clem, but Luke... I don't care. You can't do that. Jesus, Clem. You know me. You know I'm not like that. You scared me. You scared all of us, Kenny. It won't happen again. That's a promise. What happened? It's over. But AJ needs us now. We got to stick together on this thing. All right? Come on. Let's see if the truck's gonna go. Let's see if we got to... I think he always was... ... one half dozen Rex he was fixing up. Er war ein wunderschön, aber er hat mir gesagt, dass ein Mädchen wie Jane ein bisschen lernen kann über das. Ich mag sie. Nur gib sie ein bisschen Zeit. Vielleicht bist du richtig. Hell, ich wusste nicht, was ich von Lee zu machen. Natürlich hat er mich in meiner Zeit mehrmals geholfen, als ich erinnere mich. Jane hat uns geholfen auf der Straße. Oh, bitte. Wellington's got to be out there. Oh, those rumors can't all be bunk. I mean, hell, there's got to be something out here, other than snow and goddamn Euro trash. We should go back south. We'll cross those mountains again? We'll run out of gas and die picking our way down. There's nothing back there for us. All right, turn it again. Did you turn it? Yes. God damn it! We'll get it working. We gotta get moving if we're gonna keep AJ alive. We're running out of time. I gotta get this thing to start. Gonna try warming up the battery. Go on inside. I don't like leaving him with that girl. I don't like leaving him with that girl. Yeah. Bugger. Was sie was, Bonnie? I just wanted to see how you were. How do you think? It must be nice being a pretty little girl. No one ever expects you to do a damn thing. You and I both know you had a chance to save me. Okay, it's, it's, uh, you and I both know what happened back there. I got nothing more to say to you. Okay, that's where I'm going to go. Okay, that's where I'm going to go. Okay. Looks like it's about to collapse. Maybe. Noch irgendwas? Nee, nur noch drinnen können wir jetzt noch. Hey. Mike and Arvo wouldn't shut up, so I moved him in here. Goddammit! Seen that look before. Son of a bitch! He'll be fine. Clem, he beat that boy within an inch of his life. We are way past fine. I know Kenny's a nice guy, Clem. I bet Carver was a nice guy too. Once. Probably had a nice job, a nice pretty wife. Then all this happened. And one day he caved some kids' face in and realized he could sleep at night. We can still make this work. All I'm saying is, start thinking about what happens if you're wrong. You two have known each other a long time. Sooner or later, they're gonna have to decide how much that's worth. I think it needs food or something. Seems like you've done that before. You wanna try? No way. It's gonna puke. Clem, no. Hold it like this. Hey. Hi. My name's Jane. I think it's gonna puke. It's not gonna puke. It puked. It puked. It puked. I'm stuffed. I love. Ein nach dem anderen, sie fuhr da, um ihn zu retten zu retten. Wir verloren vier Menschen bevor wir sie rauskamen. So, er hat es geschafft? Wir wissen nicht bis später, dass er bereits verletzt wurde. Er schluchte und schluchte die Hände direkt aus dieser alten Frau. Er schluchte die Hände, sie war nur auf den Himmel, wie sie eine Katze sehen. Schau, Clem. Er hat es funktioniert. Es funktioniert, aber ich erzähle dir. Er schluchte die Hände. Wie viel Essen haben wir? Und für die Baby? Wir gehen einfach aus der Schnee. Ich bin für das. Ich verstehe. Wir müssen nach dem Süd. Wir sind ein bisschen schluchte. Ich weiß nicht, wie eine dumme Idee es war, um hier in den ersten Platz zu gehen. Aber es war eine schlechte. Sie ist richtig. Was, wenn wir nach Hause zurückgehen? Wait, was? Fuck, das. Ich dachte eher wie Texas. Texas? Die fuck? Es war nur eine Idee. Wir haben bereits darüber gesprochen. Ich bin sorry, wir haben. Wir gehen nach Wellington. Right, Clem? Wellington? Kenny. Kenny. Es ist kreuzig hier, Mann. Wir müssen jetzt nicht verlassen. Wir gehen einfach auf. Das klingt sensibel. Das klingt. Wir haben keine Zeit. Sie sagt, du. Siehst du. Ich weiß nicht, was die Leute denken. Ich habe dieses Auto gearbeitet, also ich sage, wo wir gehen. Und wir gehen nach vorne. Das ist die beste Chance, dass wir helfen können, A.J. Was für Arbo? Wer? Oh, der Russki? Ja, er nicht mit uns kommen. Du kannst ihn hier einfach nicht verlassen? Ich sage nicht, wo er geht. Er ist fertig. Wir sollten ihn fragen, was er will. Es ist ein Konzept. Er weiß die Region. Er kann uns helfen. Oh, ja. Einige Hilfe er hat. Er hat Luke gebrochen. Ich würde sagen, er hat die Situation gebrochen. Aber vielleicht, wenn du ihn aufhörst, er hätte nicht verlassen können. Du denkst über das, Kenny. Either way. Ich bin nicht irgendwo in der Mitte der Nacht. Ja, mir nicht. Es könnte ein Blut sein sein. Du willst das Kind der Blut auf deine Hände, Mike? Wir werden alle sterben hier, wenn du ihn schiefst, Kenny. Wir haben nicht genug gemacht, für einen Tag? Jesus Christ. Remember die letzte Mal, wir hatten eine Arbeit in der Fahrt und saten auf unsere Hände, Clem? Ich gehe in der Mitte. Gott, verdammt! Du kannst nur weg von uns weg. Du kannst uns nicht einfach weggehen. Du solltest ihn sprechen. Für ihn.